Hallo und herzlich willkommen zu Täglich Mama. Ja, der Herbst ist bei uns angekommen und meine Kinder bringen fast täglich Kastanien mit nach Hause. Und weil die natürlich zu schade zum Wegwerfen sind, zeige ich euch heute, was wir daraus gebastelt haben. Deswegen bleibt dran und viel Spaß beim Zusehen. Zusehen Zupfer! 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal.